Der Thomas in Aschebesch, daheim, also in Aschaffenburg, macht gerade Urlaub an der Nordsee und hat mir geschrieben, das ist komisch, hier ist das Wetter schön, obwohl Regen angesagt ist. Und jetzt habe ich ein paar Radiokunden in Nordrhein-Westfalen und die fragen mich dann, wo würdest du denn empfehlen, über die Feiertage hinzufahren? Und da sage ich, an die See. Da ist es nämlich am schönsten, vor allen Dingen auf den Inseln. Das ist so dieser kleine Geheimtipp, dass wir mitten in diesem Tiefdruck-Konglomerat dann den Sonnenschein an der See haben. Und hier von Amrum aus mit dem Blick aufs Binnenland, aufs Festland, wo die Wolken sind mit den Tiefs. Und dann habe ich mir auch überlegt, wie gestaltest du das Video? Natürlich geht es ums Hochwasser, das werden wir aber nur tangieren und machen eine normale Sendung. Es gibt ja nicht nur die Hochwassergebiete, sondern auch die anderen Regionen in Deutschland. Und auf die Gefahren und was da alles so passieren kann und welche Wetterlage da jetzt kommt, das machen wir dann später. Grüße Sie und Grüße Euch. Und wir haben da so ein paar Sommerspiele in petto, was die Temperaturen angeht und auch die Möglichkeiten der Modelle. Wir starten aber erst einmal mit den Niederschlagsvorhersagen der Zusammenfassungen. Das ist jetzt völlig egal, ob wir den 6er Lauf, den 12er Lauf, den 18er Lauf oder den 0er Lauf nehmen. Es geht jetzt darum, der verschiedenen Modelle jetzt, wo liegt der Schwerpunkt. Und zum Beispiel das deutsche Modell Icon macht rund um Württemberg und im Westen Bayerns den Schwerpunkt mit über 100 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das kanadische GEM-Modell macht es im Prinzip ähnlich. Das amerikanische GFS-Modell, auch nur das europäische ECMWF-Modell, springt ein bisschen aus der Reihe und macht weniger Niederschlag. Und das sind jeweils die Niederschlagsummen, die bis einschließlich Sonntag runterkommen sollen. Und in den Gebieten hier rund um Württemberg und in Teilen Bayerns wird es ein Hochwasser geben. Und wenn da zwischen 100 und 150 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen, wird es die Meldestufen 3 bis 4 geben. Nochmal, da gehen wir später genauer drauf ein. Trotzdem schauen wir kurz jetzt auf die Ensembles und zwar hier für Friedrichshafen am Bodensee. Temperaturen-Ensembles kennt ihr. Temperatur in 1500 Meter Höhe. Die rote Linie, das Klimamittel, das Mittel aus 30 Jahren. Und die weiße Linie ist das Mittel aus den Einzelberechnungen, die wir in den verschiedenen Farben finden. Und der hellgrüne hier, das sind eben die Sommerspiele. Das ist der Hauptlauf, der mal wieder einen nach oben ausgehauen hat und dann für einige Tage trockene Witterung und Wärme bzw. Hitze bringt. Wichtig sind aber hier die Niederschlagsignale in den kommenden Tagen. Der Hauptlauf vom amerikanischen GFS-Modell, hier auch hochwassergefährdet, sieht eigentlich ein gutes Mittelfeld. Das Mittel der Berechnungen ist sehr hoch, vor allen Dingen mehrere Tage am Stück, die viel Regen bringen. Dann geht es runter, ehe es wieder raufgehen wird. Das heißt, diese wechselhafte Witterung wird sich auch im ersten Sommermonat, dem ersten meteorologischen Sommermonat, im Juni, fortsetzen. Das europäische ECMWF-Modell macht das im Prinzip genauso, den Niederschlag nur ausgeprägt. Und ihr habt ja eben gesehen, das europäische ECMWF-Modell macht weniger Niederschlag als die anderen Modelle. Und der grüne hier, der hellgrüne, ist ja der Hauptlauf, aus dem das rausgezogen wird. Und das Mittel der Berechnungen ist viel, viel höher. Wir müssen also damit rechnen, dass das europäische ECMWF-Modell die Niederschlagsummen ordentlich nach oben bringt. Und wir haben eben auch gesehen, das war das kanadische Modell, das in Nürnberg, in Mittelfranken, die höchsten Niederschlagsummen macht. Und da schauen wir uns auch das Ensemble an, Temperaturen immer ums langjährige Mittel herum, in Friedrichshafen übrigens auch. Und die Niederschläge, da ist der Hauptlauf mit einer der nassesten. Aber auch hier sieht es nach sehr viel Niederschlag in den kommenden Tagen aus. Eigentlich eine Region, die normalerweise relativ trocken ist. Da gibt es übrigens auch Sandböden und Kiefern, ähnlich wie rund um Brandenburg. Und hier haben wir auch immer wieder Niederschlagsignale mit einem großen Range der Temperaturen rauf und runter. Und das europäische ECMWF-Modell macht hier auch einen regelrechten Wasserblock. Und jetzt wenden wir uns mal von dem nassen Süden ab und gehen mal dahin, wo das Bild aufgenommen wurde, zumindest in der Gegend. Und zwar nach Nebel. Nebel, das ist jetzt kein Symbol oder hat jetzt mit der Meteorologie zu tun. Der Ort heißt Nebel. Und da haben wir überdurchschnittliche Temperaturen und dann unterdurchschnittliche Temperaturen. Das ist wohl die Schafskälte. Im weiteren Verlauf geht es wieder ein bisschen rauf. Und vor allen Dingen wesentlich weniger Niederschlag. Die nächsten Tage werden vorübergehend nass werden. Dann sind sie wieder trocken. Und im weiteren Verlauf gibt es immer wieder ein paar Niederschlagsignale. Auch beim europäischen ECMWF-Modell. Das heißt, die schöne Witterung, die sonnige Witterung wird auch hier mal zu Ende gehen. Und zwar im Laufe der kommenden Woche. Da wird es wechselhafter und nach dem europäischen ECMWF-Modell deutlich kühler. Jetzt gehen wir bei den Niederschlagsummen für die nächsten zehn Tage. Da macht das europäische ECMWF-Modell Hinterkopf ein sehr trockenes, ein sehr trockener Lauf. Rund um Bayern die höchsten Niederschläge. Da kommt also noch was dazu. Das amerikanische Modell ist für die nächsten zehn Tage, weil es ein sehr trockener Lauf ist, überhaupt nicht mehr nach oben ausgebüxt, hinten raus. Praktisch bis zum 14. Juni gehen die Niederschlagsignale nach oben. Einmal im Süden Deutschlands und zum anderen im Alpenraum. Und zum Alpenraum gehört auch Norditalien. Da wird es auch sehr nass in der nächsten Zeit weitergehen. Der Niederschlag gestern war vor allen Dingen im Westen ziemlich aktiv. Fünf Liter gab es deutschlandweit gemittelt. Wir sind ja deutlich im Plus im Mai. Da darf ich anmerken, Klammer auf, dass Noah, das Punkt, 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 hat einen trockenen Mai vorhergesagt. Es konnte also nur ein nasser Mai werden. Wir sind bei der Sonnenscheindauer im Osten. Im äußersten Osten gab es ein paar Stunden Sonne, sonst war es trüb. Die Tiefstwerte 2 Grad im oberen Erzgebirge und 14 Grad im Westen. Und die Höchstwerte 14 Grad in der Rhön und 25 Grad im Osten. Wobei das gerundet ist, das ist ein 24,5 Grad Wert. Kein richtiger Sommertag, aber aufgerundet eben. Das ist die Wetterlage, die uns bevorsteht. Und die ist sehr, sehr kritisch. Das hier ist das riesige Bodentief. Da sind noch kleine Einzeltiefs drin. Und hier haben wir das Höhentief und die hochreichende Kaltluft. Da fließt die Kaltluft rein um dieses Tief herum. Die wärmere Luft wieder in dieses Tief zurück. Und das wird das Gefährliche sein. Was passiert mit der Warmluft und den Warmlufteinschubgewittern? Wir werden auch Unwettergefahr bekommen am Wochenende. Vor allen Dingen im Nordosten, was Gewitter angeht. Am Montag liegt dann ein Höhentief über Italien. Das andere zieht Richtung Baltikum ab. Und ein Hochkeil macht sich bemerkbar. Im Norden ist es dabei warm. Im Süden ein bisschen kälter. Ist alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und am Donnerstag nähert sich vom Nordmeer hier wieder das Tief. Und gleichzeitig dann vom Mittelmeerraum auch Hitze durch dieses Tief auf den Azoren. Das ist das Zünglein an der Waage. Wenn sich das durchsetzt, kommt die Wärme bzw. Hitze. Und wird das nach Süden gedrückt und kommt das Tief. Dann haben wir die Schafskälte. Ist also nicht so ganz sicher. Hier die Hitze, da die Kühle. Wir mittendrin. Der heutige Tag, der Frohen Leichnamstag, bringt immer wieder Regen, Regenschauer und Gewitter. Am Vormittag und am Nachmittag. Da sind ein paar Kleckse dabei, die bringen sehr viel Niederschlag. Das ist ja übrigens in den Niederschlagsummen auch mit einberechnet. Das ist noch nicht der Dauerregen, sondern das sind die Schauer und Gewitter, die heute unterwegs sind. Der Regen aus der Nacht zieht sich nach Südosten zurück. Ansonsten folgen Schauer und teilweise kräftige Gewitter rund um die Nordsee. Und vor allem auf der Nordsee ist es am freundlichsten. Der Wind kommt gegen den Uhrzeigersinn um das Tief herumgezogen. Die Temperaturen liegen bei 15 Grad in den westlichen Mittelgebirgen und 25 Grad an der südsteirischen Weinstraße und am Neusiedlersee. Am morgigen Freitag zieht aus den Alpen heraus ein Regengebiet heran. In den Alpen selber wird es Schnee sein. Die Schneefallgrenze kommt weit runter. Sonst sind ein paar Schauer unterwegs. Und dieses Niederschlagsgebiet zieht dann nach Württemberg und Franken in den Alpen, schneit es weiter in den Hochlagen. Im Norden ist es ganz nett. Das heißt, hier die meisten Regenfälle. Schneefallgrenze bei rund 1700 Meter Höhe. Inneralpin kann es vor allen Dingen im Tiroler Oberland, in Vorarlberg, auch zum Teil in Südtirol und im Osten der Schweiz noch weiter runter gehen. Bitte nicht wundern, wer da unterwegs ist und Alpenpässe fährt, dass er plötzlich im Winter ist. Im Nordosten scheint die Sonne. Der Wind zieht sich so in dieses Niederschlagstief rein und die Temperaturen liegen bei 17 bis 23, im Nordosten bis zu 25 Grad und im Regen sind es 8 bis 16 Grad. Am Samstag liegt dieses Tief hier und bringt starke Regenfälle. Das sind allerdings die Werte aus der Nacht. In der Nacht von Freitag auf Samstag schüttet es hier. Am Samstag tagsüber weiter die intensiven Regenfälle, die fast stationär sind und sich dann nach Norden bewegen. Jetzt ist hier ein neues Niederschlagsgebiet. Das hier sind keine klassischen Regenfälle, sondern das sind Gewitter, die hier aufkreuzen und auch unwetterartig ausfallen können. Also hier der Regen, dort die Gewitter. Am Nachmittag gibt es mal im Süden Deutschlands und auch im Norden Österreichs ein paar sonnige Phasen, da hört es mal auf zu regnen. Und richtig sonnig ist es an der See. Hier haben wir Seewind, ansonsten westlichen bis südwestlichen Wind, der ziemlich ruppig wird, vor allen Dingen über dem Alpenvorland, aber der rupft die Wolken auseinander. Hier 10 bis 15, sonst 16 bis 24 im Nordosten bis zu 26 Grad und es liegt hier auch eine leichte Schwüle in der Luft. Man könnte dann in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg vermuten, was haben die denn alles? Es ist doch nicht kalt, es ist doch richtig schön sommerlich. Ja, im Süden ist es kalt. Am Sonntag kommt eine Strömung wieder rein, da wird das ganze Niederschlagssystem weiter nach Südosten gedrückt und mit den Isobaren frischt der Wind auf. Und das heißt, wir haben am Vormittag und zur Mittagszeit im Nordwesten und an der Nordsee so hochnebelartige, tiefe Wolken. Kennt man, wenn man hier Urlaub macht. Man steht auf, es ist total trüb. Ab der Mittagszeit lockert es auf und am Nachmittag ist es strahlend sonnig. Die Restfeuchtigkeit wird ins Binnenland gedrückt, teilweise mit Gewittern. Der Nordwestwind drückt das Ganze eben Richtung Berge bei 16 bis 23 Grad. Kühler ist es im Regen im Süden und im Alpenraum und auf der See. Wärmer im Nordosten und im Südosten Österreichs. Dann haben wir den Montag. Der bringt im Norden ziemlich flotten Wind und ein paar Schauer. Im Süden noch ein paar Regenfälle, ansonsten Sonne und Wolken dazwischen. Am Dienstag auch eher tendenziell wechselhaft. Ebenso am Mittwoch mit Westwind und ein paar Schauern und Gewittern. Im Südwesten wird es dann vorübergehend mal freundlicher. Und dann ist eben die Frage, geht es nach oben oder geht es nach unten? Kommt die Wärme aus dem Mittelmeerraum bzw. Hitze oder die Kühle aus dem Nordmeerraum? Schauen wir kurz auf die Ensembles. Der grüne Lauf, das ist der Hauptlauf, der ist sehr warm ausgeprägt. Im Norden haben wir Werte um die 20 Grad, geht nächste Woche vorübergehend runter. Dann Richtung Monatsmitte wieder nach oben. Immer wieder kommt es zu Niederschlagsignalen, außer in der kühleren Phase. Da bleibt es mal längere Zeit trocken. Im Westen auch recht kühl. Später dann Werte von um und über 20 Grad. Ausreißer Richtung 30 Grad und mehr. Vorübergehend sind da mal ein paar trockene Tage dabei. Zwei, drei maximal. Ansonsten gibt es immer wieder Schauer und Gewitter. In der Mitte die ganze Zeit über nass. Vielleicht mal zwei Tage ohne Regen. Ansonsten auch Werte von nahe 20 Grad. Also klassische Sommerensemble sind das nicht. Die Durchschnittstemperaturen werden durch die warmen Nächte und den Wind relativ hoch liegen. Und weil es auch nachts bewölkt ist, da kann man dann statistisch sagen, ja, es ist zu warm. Aber es ist einfach gefühlt überhaupt kein Sommerwetter. Und im Osten, da bleiben wir bei warmen Temperaturen. Gehen kurz mal runter und dann geht es wieder ein bisschen rauf. Aber auch hier sind Niederschlagsignale dabei. Und im Süden Deutschlands, da gibt es jetzt diese nasse und kalte Klatsche mit weit unter 20 Grad. Schnalzt aber dann Hochaufwerte von um und über 20 Grad. Mit Ausreißern Richtung 30 Grad. Das bleibt hier aber nass. Genauso im Schweizer Mittelland. In Aarau, wo der Hauptlauf relativ trocken ist. Der große Rest bringt auch Regen. Die letzten zwei Jahre war es hier so trocken. 23, 22, auch in den Bergen ja schneearm. Und jetzt kommt da so viel runter. Und hier haben wir auch über 20 Grad dann später mit Ausreißern Richtung 30 Grad. Zu guter Letzt noch der Blick nach St. Pölten. Hier ist es auch in der nächsten Zeit kühl. Dann wird es wärmer. Vor allen Dingen wird der Regen wärmer. Die Niederschlagsignale bleiben uns auch hier erhalten. Und sollte in Bayern so viel Regen fallen, in der Mitte und im Süden, dann wird es ein Donauhochwasser geben. Und dieses Donauhochwasser kommt auch hier vorbei. Und der Regen von da fließt dann auch in die Donau. Bis später.